Hallihallo Ja, ich stelle es jetzt nicht nochmal zurück und laufe nochmal den Weg zurück, weil das Blöde an diesem Spiel ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe, es gibt hier eine Autosave-Funktion, die recht unbarmherzig ist. Jedes Mal, wenn ich ein anderes Gebiet betrete, speichert dieses Spiel und das heißt, euch fehlt jetzt, ja, es war nicht viel, es fehlen zwei Minuten, wo ich mal einmal wieder hier ordentlich was einstecken musste, wie man an der Lebensanzeige sieht und den Weg hier hin, den kennt ihr aber schon. So, ähm, wir machen weiter, wir sind noch auf Schatzsuche, wir müssen ein Auge finden, denn ein, oder besser gesagt ein Auges Schatz, denn dort befindet sich ein Schlüssel für unseren Keller und wir müssen dringend in unseren Keller, denn dort befindet sich Sendels Medaillon. Sendels Medaillon ist eins der vier Gegenstände, die wir brauchen, um die Prophezeiung zu erfüllen, denn wir sind der Auserwählte, der Funfrog stürzen soll und die Welt von einem Tyrannen befreien soll. Und dafür brauchen wir vier Gegenstände, die Tunika, die haben wir schon, das Bübuch, das haben wir unter sehr viel Einsatz, ähm, auch schon bekommen. Sendels Medaillon, da sind wir gerade dran und wir brauchen dann noch eine Flasche klares Wasser, da kümmern wir uns dann zu gegebener Zeit drum. Jetzt sind wir erstmal hier beim Hafen von Beluga und wollen eine Überfahrt zur Insel Proxima suchen. Gut, dafür könnten wir jetzt hier unseren Freund wieder fragen. Das machen wir doch auch direkt mal. Ich interessiere mich für die Geschichte des Piraten Einauge. Ich habe Aufenthalte aus dem Lochbuch gelesen. Dieser Einauge war fürchterlich, falls du nicht interessiert. Ich stehe auf dem Bazar, der Altstadt aus Niederichkölzer verkauft. Ja, äh, das bist du nicht der Einzige, der es behauptet. Aber das wissen wir ja schon, dass das nicht ganz stimmt. Wir haben das Logbuch ja schon gefunden, das war in der Bibliothek. Aber scheinbar bietet er uns eine Überfahrt nicht mehr an. Was schade ist, dann müssen wir uns noch einen anderen Weg suchen, wie wir denn überfahren. Die Inselfähren fahren ja nur zwischen Hauptinsel und Zitadelleninsel hin und her scheinbar. Hallo, ich komme gerade von einer Reise rund um diese Halsgugel und verkaufe mein Boot. Ach. Folgen Sie mir, falls Sie Interesse haben. Ja, das passt doch, das ist doch Mensch. Als hätten wir es bestellt. Dann folgen wir ihm mal, dem kleinen süßen Pummel. Aha. Schick. Hier ist das Prachtstück. Wie neu, wendig und schnell. Für 200 Cashes gehört hier der Katamaran. 200? Kein Ding. Großartig. Kauf ich. So, ja, und da schmilzt unser Kaschesvorrat, aber wir haben immer noch mehr als genug, wenn ich mir das angucke. Das machen wir doch gerne. Wo willst du hin? Und das Schöne ist auch unser Katamaran, der spricht mit uns. Und jetzt sehen wir schon, haben wir hier die große Auswahl. Wir können jetzt jede Insel auf dieser, ja, von dieser, nicht halb, Moment, Halbkugel, genau, nicht Halbinsel. Von dieser Halbkugel, von der südlichen Halbkugel können wir jetzt alle Inseln bereisen. Wir kennen die Zitadelleninsel, wir kennen die Wüste des leeren Blattes, welche wir noch nicht kennen, sind Insel Proxima, Rebellionsinsel und den Hamalai. Und wir machen uns auf den Weg zur Insel Proxima, denn, wie gesagt, dort finden wir unter Umständen den Schatz. Das komische Geräusch gerade war, der Pummel, wie er durch die Gegend springt. Die scheinen ganz interessante Gelenke zu haben, diese Pummel. Sprunggelenke, Sprungfedergelenke, wie auch immer. So. Da machen wir jetzt fest an der Insel Proxima. Ja. So, und jetzt hatte ich mir das letzte, ähm, das letzte Video nochmal angesehen, um mir die, ähm, ja, den, die, na, die Schatzkarte nochmal anzugucken, beziehungsweise mir die Wegbeschreibung nochmal anzuhören. Und hab sie mir jetzt nochmal mitgeschrieben. Also. Wir sollen im unauffälligen Modus sechs Schritte nach Norden, geradeaus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, dann nach Osten. Nochmal sechs Schritte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann zwei Schritte nach Norden. Das passt irgendwie nicht. Angeblich bis zum Mülleimer, aber der nächste Mülleimer, den ich sehe, ist da unten. Da geh ich jetzt mal hin. Das. Irgendwas hab ich da vergessen, glaub ich. Naja, hier ist der Mülleimer, da geh ich jetzt hin. So. Moment. Also. So, vom Mülleimer soll ich jetzt nochmal drei Schritte nach Osten in diese Richtung. Eins, zwei, drei. Na nun, es scheint, als hätten Sie auch eine echte Geheimkarte des Kapitäns Einauge gefunden. Können Sie mir einen Gefallen tun? Bringen Sie lang, Tier, diese Kaffeekanne wieder. Er wohnt neben dem Bazar. Ich sollte sie ihm schon seit langem zurückbringen. Es ist mir richtig peinlich. Äh. Ja, klar, mach ich doch gerne. Du besitzt jetzt eine Kaffeekanne. Äh, 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 ja. Passiert auch ständig, ne? Kommt einer vorbei und sagt, können Sie mir mal gerade einen Gefallen tun? Können Sie diese Kaffeekanne zu einem Freund von mir bringen? Naja gut, wir machen das natürlich gleich und schauen mal jetzt aber erstmal zurück hier zu der Schatzkarte. Also wir sollen uns genau zwischen zwei Laternen stellen, wurde noch gesagt. Das müsste ja hier sein. Und von hier acht Schritten nach Norden bis zu einem Tor. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Ja, und ein Auge Schatz soll sich genau in diesem Gebäude befinden. So die Schatzkarte. Wollen wir doch mal gucken. Was ist denn das für ein Gebäude? Marine Museum, Eintritt, Kinder, drei Kasches. Erwachsene, fünf Kasches. Ja, alles klar. Sind wir in einem Marine Museum, das ist ja passend. Wahrscheinlich werden wir dann gar nicht graben müssen, sondern wir müssen sonst irgendwie gucken, wie wir an den Schatz kommen. Aber gut, das kriegen wir dann wahrscheinlich hin. Erstmal durchwühlen wir hier noch den Mülleimer und kaufen uns doch mal so eine Eintrittskarte. Guten Tag. Ich interessiere mich für die Geschichte des Piraten ein Auge. Guten Tag. Ein Museumsbesuch kostet Sie fünf Kasches. Möchten Sie eine Eintrittskarte? Ja, sehr gerne. Museen langweilen mich. Ja, normalerweise vielleicht schon, aber in diesem Fall. Ja, ich nehme eine. In diesem Fall nehmen wir sehr gerne eine. So. Einlass nur mit vorschriftsmäßiger Garderobe. Ähm. In Ordnung. Ich hoffe, meine Garderobe ist vorschriftsmäßig. Ja, ich wüsste nicht, welche Fortschriften es sonst gäbe, die ich hier brechen würde mit dieser Art von Garderobe. So, und hier sind wir im Museum. Oh nein. Oh shit. Oh nein, oh nein. Und da ist eine Beamzelle. Ich fürchte. Jetzt werden wir erwischt. Schnell wegrennen. Hilfe, da kommt die Kugel. Nein. Erwischt. Ja. Und mal wieder. Paz. Wurden wir erwischt. Na toll. Danke, Funfrog. Ja, diese Superdickos, die sind tatsächlich so super, dass sie nicht zu besiegen sind. Ja. Immer wenn die uns erwischen, fallen wir ohnmächtig in uns zusammen und wachen im nächsten Gefängnis wieder auf. Immerhin wieder mit voller Energie. Und wir haben kein Kleeblatt verloren. Das ist der Vorteil davon. Ja. Und es gilt mal wieder auszubrechen. In dieser, in diesem Fall wirkt es auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich kann mal hier hochspringen, aber das ändert auch nichts. Es kommt auch keine Waffe angerannt, die sagt, wir sollen nicht mehr so viel Blödsinn machen und gefälligst stillstehen. Aber was vielleicht auffällt, hier hinten ist ein Gitter. Und wenn man denkt, ich mache jetzt hier mal das Gitter auf und haue dadurch ab, dann passiert etwas ganz anderes. Nämlich, man fährt in die Tiefe. Ja, hier sind wir wieder in einer Art Kanalisation. Die ganze Insel hier ist, ähm, ja, von dieser Kanalisation, ja, damit untertunnelt. Und wir können von hier zu allen möglichen Orten auf dieser Insel, zumindest hier in diesem Bereich, den ich euch gleich auch noch genauer zeige. Und das ist, wenn man ausbrechen will, natürlich ganz praktisch. Hier sehen wir schon, ist ein kleiner Freund, der uns mit einem zärtlichen Kuss bedacht hat. Und wir, huch, fallen vor lauter Freude hier erstmal runter. Hm. Naja, wieder hier hoch. Und dann müssen wir da, wo die Brücke kaputt ist, nochmal unsere Sprunggelenke auspacken und drüber hüppen. LBA. Entwässerungsdienst von Proxim City. Trock Straße. Also hier einmal drüber springen, bitte. Ach, Mann. Gut, und nochmal hier hochklettern. Zack. So, hoffentlich klappt es jetzt. Ich gehe nochmal so ein Stückchen, so. Jetzt müsste es aber eigentlich klappen. Jawohl. Sogar noch mit ein paar Zentimetern Luft. So, und dann schauen wir mal, wo wir hier jetzt wieder rauskommen. Mitten im Knast, aber auf der anderen Seite. So, komm her, du. Den haben wir geschafft. Wir haben zwei Herzchen aufgesammelt. Zum Glück interessiert es ihn hier einen feuchten. Ich interessiere mich für die Geschichte des Piraten ein Auge. Ich weiß, dass Sie im Museum etwas von ihm haben. Ja. Glauben Sie es mir oder auch nicht, aber das Museum ist gut geschützt. Ich habe gerade diesen Knopf auf das Alarmsystem angeschlossen. Sobald man darauf drückt, wird das Gebäude geräumt. Es bleiben nur ein oder zwei automatische Wachen. Dies löst vor allem eine Vielzahl von Sensoren unter dem Parkett aus, die sofort Alarm auslösen, sobald sie das kleinste Gewicht wahrnehmen. Man müsste fliegen, um sich dort bort bewegen zu können. Mhm. Okay, interessant. Das merken wir uns mal. Es gibt da also ein ausgeklügeltes Alarmsystem. Wofür Sie das brauchen, wenn Sie schon Diko rufen können. Super Diko, naja, müssen wir mal sehen. Erstmal gucke ich mal in diesen Schrank. Du hast soeben alle Gegenstände wiedergefunden, die in deinem Inventar enthalten. Hurra! Wir haben alle unsere Klotten wieder. Oh, wir haben nur noch viermal Kraftstoff. Müssen wir bei Gelegenheit mal ein bisschen nachkaufen. Ein bisschen hin und her fahren müssen wir noch in diesem Spiel. So. Ja, jetzt ist die Frage. Wir sind wieder mal ausgebüxt aus dem Knast. Da sind wir inzwischen richtig, richtig gut drin. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da in diese, in dieses Museum, ohne dass der Typ an der Kasse uns direkt erkennt. Ich interessiere mich für die Geschichte des Piraten ein Auge. Wir durchsuchen jetzt einfach hier nochmal diese Insel und gucken uns gleich das Haus nochmal genauer an. Vielleicht habt ihr ja auch schon eine Idee. Kenn ich nicht. Oh, der kennt ein Auge nicht. Sieh an. Schließlich sind Sie auch auf die Insel Proxima gekommen. Erinnern Sie sich noch? Ich verkaufe Föhne. Nun gut, ich verkaufe Ihnen einen für 30 Kasches, weil Sie heute so schlecht weggehen. Ähm, ich will eigentlich keinen Föhn, aber, ja komm. Ja, kauf ich. Wir haben ja Geld genug. Du hast Ihnen einen Föhn gekauft. Yay, ein Föhn. Voll der Hightech-Föhn. Nee. So. Wir sind wieder komplett voll. Das ist, wie gesagt, der Vorteil daran, wenn man zwischendurch mal im Knast landet. So. Jetzt haben wir gemerkt, hier die Eingangstür. Wenn wir da durchgehen, da werden wir direkt erkannt und erwischt. Selbst wenn wir dann die Beine in die Hand nehmen. Aber hier scheint es ja noch einen anderen Eingang zu geben. Ach, man kann unmöglich ohne roter Karte aufmachen. Ja. Genau, wir sehen hier den roten Schlitz. Das hatten wir schon bei der Festung des Funfox gesehen, dass es solche Schlitze gibt. Wir müssen also jetzt eine rote Karte finden. Und dazu gab es ja auch schon den Tipp, ich drücke mal auf H für unseren Holomap oder Map oder ich würde Holomap dazu sagen. Und wir wissen, hier gibt es ja noch das Haus des Fälschers. Falls ihr euch erinnert, auf der Hauptinsel war einer im Knast, der sagte, sein Bruder wäre hier ein Fälscher. Und wenn wir ihm ein bestimmtes Wort sagen, dann würde er uns eine rote Karte geben. Willkommen in Proxim City. Insel Proxima. Also schauen wir uns hier doch mal ein bisschen genauer rum auf der Insel, was es hier alles so gibt. Und vielleicht stoßen wir ja auf diesen Fälscher. Das wäre ja ganz gut. Angesichts der wiederauflebenden Bedrohung durch die Rebellen, erneute Bombardements durch unsere tapferen Klontruppen. Oh. Hm, dann scheint diese Rebellionsinsel momentan wahrscheinlich ein eher ungemütlicher Ort zu sein. Ist wahrscheinlich hart umkämpft. So, das hier scheint ja anhand des Schilds da links ein kleiner Laden zu sein. Tatsache. Willkommen, Herr der Kunde. Ihr Besuch ist mir eine Ehre. Stellen Sie sich gegen den Artikel Ihrer Wahl und aktivieren Aktion. Jo. Und wo wir gerade hier sind, komm, nehmen wir noch ein bisschen... Kaststoff für 10 Reifen kostet 30 Kaschen. Dann nehme ich das mal. Ja, kauf ich. Du hast zugeben einen Teil deiner Kraftstoffreserven erneuert. Brauchen wir ja ohnehin. Ich interessiere mich für die Geschichte den Piraten ein Auge. Ganz ehrlich, wir wissen ja jetzt auch, wo der Schatz ist. Jetzt geht es ja darum, wie wir da reinkommen unentdeckt. Versuchen Sie es mal im Museum. Jo, danke für den Tipp. Willkommen, Herr der Kunde. Ihr Besuch ist mir eine Ehre. Stellen Sie sich gegen den Artikel Ihrer Wahl und aktivieren Aktion. Jo. Habe ich schon gemacht. Herzlichen Dank. Das reicht auch erstmal. Jetzt müssen wir mal... Wie viel Geld haben wir jetzt noch? 134 Kasches. Hm. Ja, doch, damit kommen wir aus und ansonsten holen wir noch ein bisschen nach. Aber im Moment sieht das noch ganz gut aus. Den teuersten Kauf haben wir schon getätigt mit dem Boot. Und für den Rest gibt es bestimmt auch noch mal andere Geldquellen, die wir auftun können. Angesichts der Wiederaufläufe... Ja, okay, das ist das gleiche Poster wie da vorne. Dann haben wir hier noch eine Hütte. So. Hallo. Wenn Sie mir meine Kaffeekanne zurückgeben, gebe ich Ihnen eine Liste von bestimmten Orten, wo man eine seltene Pflanze und bestimmte Kästchen finden kann. Und fragen Sie mich nicht, woher ich diese Liste habe. Okay. Ja, das ist ein Deal. Kaffeekanne gegen Schatzkarten quasi. Herr Langtier hat dir eine Liste gegeben. Danke, Herr Langtier. Dann wollen wir doch mal... sehen, ob es da noch ein paar Orte gibt. Vielleicht haben wir einige davon ja auch schon aus Versehen bereist. Mal sehen. Oh, es wird hier nicht mal was vorgelesen. Na, muss ich selber ran. Also. Standorte von bestimmten Kleeblättern und Kästchen. Auf der Zitadelleninsel gibt es ein Kleeblattkästchen in der Kanalisation und eine andere im Keller der Taverne. Gut, die beiden haben wir schon. Das erste in der Kanalisation hatten wir schon relativ früh und in der Taverne, das hatten wir ja... Ich weiß nicht, in der letzten oder vorletzten Folge bekommen. Gut, dann. Ein Kleeblatt wird von einem Soldaten, der sich hinter Sandsäcken befindet, bewacht. Ein anderes Kleeblatt wird von einem Klon inmitten der Ruinen auf der Hauptinsel bewacht. Hm, ich frage mich gerade, welcher der Soldat hinter Sandsäcken sein soll auf der Zitadelleninsel. Hm. Weiß ich gerade selber nicht genau. Und Ruinen auf der Hauptinsel? Ja, das müsste das sein. Da sind wir schon mal rumgelaufen und haben uns umgeguckt und wussten nicht genau, was das sein soll. Okay. Ein weiteres Kleeblatt befindet sich auf dem Dach des Marine-Museums. Aha. Da sind wir ja in der Nähe. Ein anderes wird von einem Dikoklon rechts vom Eingang des Beam-Zentrum bewacht. Ein anderes wird von einem Soldaten vor Funfrogs Festung bewacht. Okay, bei Funfrogs Festung, da kamen wir noch nicht so richtig weiter. Und das Beam-Zentrum, davon wissen wir eigentlich noch so gar nicht so richtig. Klar wissen wir, dass die Dikoklonen durch die Gegend gebeamt werden, aber wo sich ein Beam-Zentrum befindet, das wissen wir noch nicht. Gut, danke, Herr Langtier. Damit haben wir zumindest jetzt schon eine grobe Ahnung, wo wir so ein paar interessante Dinge hier noch finden könnten. Damit haben wir diesen Bildschirm auch komplett abgesucht. Ja, noch nicht ganz unten rechts geht es ja noch ein bisschen weiter. Aber das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugesehen habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und suchen uns dann einen Eingang in das Marine-Museum, um an unser Eigentum zu kommen oder an das Eigentum unseres Vorfahrens. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. 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 Tschüss.